Morgen. Hast du einen Schlafanzug an? Jep, ich hab heute Morgen verschlafen, hab dann im Bus gemerkt, dass ich noch meine Schlafanzugshose an hab. Und dann war's zu spät und jetzt bin ich halt so in der Schule. Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Guten Morgen, ihr Lieben. Wir kümmern uns heute um die Integralrechnung. Was passiert da hinten in der letzten Reihe schon wieder? Ich nehme nur meine Vitamine. Können sie auch mal machen, das tut ihnen bestimmt gut. Und was sind das genau für Vitamine? Ich hab hier einmal OPC, das ist Traubenkern-Extrakt, dann hab ich Q10 mit Aloe Vera und Vitamin C. Was genau soll mir das jetzt bringen? Zum Beispiel, wenn sie nach einem anstrengenden Schultag nach Hause kommen, sie total müde und erschöpft sind, weil wir sie den ganzen Tag fertig gemacht haben. Dann nehmen sie einfach das. Und jetzt mal Butter bei die Fische, die Nahrungsergänzungsmittel nehmen sie einfach einmal am Tag zu einer Mahlzeit ein. Und ihre Nährstoffe werden perfekt aufgenommen. Und wo krieg ich das her? Die Produkte sind von MyHerbBlitz und ich hab sogar noch einen Code für sie, da können sie sogar sparen. Vielleicht sollte ich mir das echt mal anschauen. Hast du gerade Frau Müller geinfluenzt? Gib mal her, ich will das auch mal probieren. Hey, aber nur 8 Tropfen, sonst kriegst du Flitzekacke. Mh, das macht ja voll gut.